Ohohoho Was? Wer war das? Er hat die Tür zugemacht er hat die Aufgemacht und ist wieder durch clair kein Adler fehlt noch Warte schau zu 0 Pech kein Komm mal da! Verkackt mich! Ey f*** die Tür so lange! Er kommt? 30% Ey kleine Wichser hier! Was gehst du auf K? Bro, ich musste echt rauchen Digga, ich hab Druck! Jack, du hast gesagt, du hast dieses schwarze Ding bekommen, ne? Ja, hier haben wir! Hinten, bei mir! Hast du schon angezogen? Nein! Oh, das ist der Super Mario Hammer, den du hast, ne? Ja, ja! Warte, gib dir! Gib dir was ich hab! Ah, wo haben wir an? Ich hab den roten! Ey, die sind beide geil, Digga! Kann man die anziehen! Lass weiße Ding, weiße Licht, weil weiße Licht fällt gar nicht auf! Wo denn? Du hast schon weiße Licht, alles gut! Das kostet nicht viel, oder? Du musst halt diese Kisten ziehen! Welche Kisten, Bro? Guck, Menü und dann Stopp! Du kriegst also Punkte pro Runde! Ey, ey, mep, 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 mep! Oh mein Gott, ich hab schnell noch genommen! Ey, Ari, wie kann ich das anziehen? So ein Domi hab ich fast gekauft! Domi, bitte ich! Domi ist! Oh mein Gott! Cenk! Cenk! Lass mal zusammenbleiben, komm! Ja klar! Domi, viel Spaß! Ne, schaff ich eh nicht, ne? Gegen vier ist halt echt schwer! Rison! Rison! Oh! Finger ausgerutscht! Da ist PC, Bro! Haha, er will doch provozieren, Junge! Er rennt hin, als wär's leckerli! Natürlich! Du Spinner, Digga! Ah! Ja, so, da unten! Da, da, wo hinter mir die Tür da ist, so ein Ding durch... Ja, ich seh! Er hat keine Chance! Ne, er hat Wasser auch nicht! Exit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, der ist so nah hinter mir! Wieso kannst du nicht springen beim Sprint? Ist doch gottlos! Ey, der ist so nah hinter mir! Guck mal! Guck mal, guck mal, guck mal, was ist der Wichser, guck mal! Hallo! Hä? Lass... Lass'n 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 aber gescheit' machen! Also nicht abkacken! Ja, ja! Hier ist Kacke rausgekackt! Bei dem Raum ist's scheiße, ja! Aber am Ende können wir... Oh mein Gott, war das knapp! Ne, ach, hier krieg' ich nicht der Teile, ist in's'n guten Spot! Gegen Ende, okay? Ja, jetzt können wir machen! Lass'laufen, Digga! Lol! Toll! Ja, toll! Oh! Hä, wie kommt man... Da gibt's nur einen Ausgang! Ja, das ist... Das ist wirklich gefährlich, Digga! Oh, das ist mich erschreckend! Alter, was ist los? Ich hab' versucht mich durch die Wand zu schlagen! Ach, du willst das ja, ich krieg' eh nicht! Lass'n mal suchen, wo ist der? Ich bin wach'n die ganze Zeit! Hä, warum f***'n Ding, man? Oh, hey, 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 hey! Hä? Ich hab' den letzten gefunden, Jungs, macht euch bereit! Wo? Weil ich es jetzt verrate, dann kommt der! Bro, sag mir... Wie stand hier? Hinter dir! Ey, Jaston! Nähe, Gefängnis! Nähe, Gefängnis! Nähe, Basketballplatz! Oha! Lol! Nähe, Basketballplatz, Jungs! Warte! Kann man sich da oben verstecken, warte mal! Stark, Arte, stark! Oha, guck mal! Warte, ich komm' zu dir! Arte, Arte, Arte! Lifehack! Ey! So, Jaston! Lass mich hierbleiben! Ey, er hat Arte, er hat Arte! Er hat Arte! Ja, er hat nur mich geschützt! So, wir bleiben, so, wir bleiben! Jungs, macht kein Pauman! Komm, lass' später hierher! Komm, lass' kurz Arte! Ah, nein! Okay, komm! Oha! Hä? Oha! Oha! Ich bin fast aber hochge... Egal, fast! Dankeschön! Ey, dumme, wenn du nicht von mir weggehst, dann verlierst du kein Leben, gell? Ich weiß! Ey, ich kann sowieso nix machen! Warte mal, lass' mal einen Arte holen! Warte mal, lass' mal einen Arte holen! Dann komm' mal, jetzt geht Arte hier durch! Der holt dich jetzt! Und dann ist... sowieso! Also... So, no chance halt! Hä, wo warnt' you? Arte, 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 arte! Oh, ich kann mich nicht bewegen! Junts, Junts, Junts! Ey! Genau den richtigen, Alter! Wir müssen hier warten! Keine Chance, Bruder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab dich gerade nicht gefangen! Oh mein Gott! Und ich geh hier ganz entspannt weiter! Er will mich, Digga! Ich muss einfach hacken, Digga! Ich muss einfach hacken! Ich muss einfach hacken! Ey, aber was geht hier ab? Ich bin tot! Nein! Digga, was soll das?! Wenn ihr nicht aufstehen könntet, war das nicht so geil! Ja, aber geht ja leider nicht! Ey, ich lieb mich grad dafür! Der wollte mich die ganze Zeit fangen, aber ich hüpfe die ganze Zeit weg! Jetzt hört er mich! Jake! Na komm! Ich kann nicht! Alter, was war denn? Äh? Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ey! Jake! Ist du dumm? Bleib hier! Ich mach doch die Tür direkt zu, wenn ich durchlaufe! Hallo! Ähm, was soll ich machen, Bro? Warte! Oh, der ist an der anderen Ecke! Du kannst von der Tür, wo du grad aufgemacht hast, einfach mich holen! Schau! Nein! Ich mach doch die Tür direkt zu! Ich mach doch die Tür direkt zu! Ich mach doch den nächsten Ecke! Ich mach doch den Ecke! Ich mach doch die Tür! Ich mach doch die Tür! Ich mach doch die Tür! Ey, ich mach doch dich! Ja, ich bin ja auch am Springen, Bro! ряub He! Er ist einfach auf K, Digga! Nein, ich bin wegengelaufen! Bei mir ständigdalkrum Ich hab's gemerkt! Du! Jetzt! 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 Äh? Hä? Aha! Nein! Hört mich! Hört mich! Was laberst du? Aber ich hab's schon zu Ende gehen! Laberst du, Murrück! Acht nicht, Jungs! Egal, warte! Egal, extra, äh, solare... Weil, äh, äh, er kann eh nicht weg! Oh Mann! Perfekt! Oh Mann! Ja, das kannst du gar nicht machen gegen vier, es geht nicht! Das ist Katastrophe, ne? Aber ist lustig, Fass! Wir müssen Jack befreien! Aber ist lustig, Fass! Geht doch um Spaß, nicht um Gewinde, Ehe! Ja, ja, klar! Ja, klar! Eben! Du musst campen bei dem Spiel, kannst du vergessen, Ehe! Ja, ja, ja! Ehe! Die Spinner! Die Tür im Mund! Ich... Ich hab' den Nächsten an! Ah! Tag! Ehe! Ehe! Nächsten... Kühlschrank! Kühlschrank! Die Tür im Mund! Mein Pairing ist bei mir jetzt! Da können wir auch die Tür durch! Hahaha! Hahaha! Ja, du wunderschön! Ihr seid so peinlich! Das ist so lustig! Das ist so lustig, ne? Ich schwöre! Ey, ihr habt mich... Ihr habt mich grad einfach ausgesperrt, gell? Ja, was soll ich sagen? Ja, egal! Irgendwann hat er eh keinen Bock mehr! Ja, aber wirst du mich jetzt reintun, mein Bester? Keine Ahnung, du bleibst hier liegen! Fertig! Ja, ich hatte dich doch! Nein, Mann! Ja, komm, steh' auf! Ich steh' ja nicht auf, Bro! Es geht gar nicht! Krat! Oh! Das hätt's aber gern gehabt, Jun! Hallo! Komm! Irgendwas müssen wir... Wir müssen irgendwas für 500.000 Euro in der Hand planen! Wuck, Mann! Ich bin wie so'n Fisch, der will mich! Ich springe einfach drei Kilometer weiter weg! Oh je! Achim, mach! Achim, mach! Er ist bei mir fokussiert, der Bastard! Der Bastard! Oh je, ey! Mann, ich hatte dich! Ja, hol ihn mal raus! Oh je! Oh je! Oh je! Tchie! Tchie! Ey, das hätte fast funktionier'n, die Jungs, warte! Nochmal, nochmal! Oh já! Oder jetzt lah'sυ? Oh ja, 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 ja! Jetzt mal ne... Oh ja, oh ja, 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 ja... Oh ja, ya, ja, ja, ja... Nochmal! Get, get, get! Oh Mann, nach oben... Warum macht das? Oh ich Ich hab's nicht geflogen Äh! Oha! 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 Nein! 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 Fuck, Digga! Das war krass, das war doch zum Glück Ach, hier liegt es also, wieso voll am Lütt da? Oh yeah! Oh yeah! 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 Geh mal auf, jetzt hol uns! Oh yeah! Oh yeah! 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 Oh, doch, Digga, wer ist das denn? Ja, wer wohl? Cenk, kackst du! Befreit mich! Ey, er bringt mich woanders hin! Er bringt mich woanders hin! Bringt mich, ey! Hut mich! Er hat keinen Bock mehr, er hat keinen Bock mehr! Boah, der Spot ist ekelhaft! Oh mein... Ne, der neben ist direkt zum Loch, Digga! Hey, hallo John, Leider! Hier gibt's nichts zu sehen, den Spinner! Putin! 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 Ja! Ah! Hallo! Er fickt uns! Oh mein Gott, Digga! HAH! Den Pater! Oh, Marvin! Digga, hört mal auf, wer ist das, Mann? Wem von hat auch noch den bisschen? Das ist Cenk, Digga! Ach, hier? Was geht's? Diggi! Kann nichts machen, kommt durchs Loch! Alle liegen am Boden, Junge! Kommt durchs Loch, der ist voll weit weg! Egal, ich hab schon einen! Kommt! 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 Ähh! Warte denn! Ach, der liegt da auch, okay! Ey Junge! Alter, Jungs! Ey, wir haben wohl nicht mehr viel Leben, ne? Geh, geh, geh! Ja! Ach, jetzt! Ich hab genug Leben! Zekehle, Marmenau, ey! Kommt wieder! Ey, warte! Hey, warte! Oh, ne! Mach! Ey! Ey! Geh, Marmen, geh du, Marmen, geh du! Ey, wie kann der mich nehmen? Geh, auf der andere Seite! Geh, auf der andere Seite, Marmen! So frech, Digga! So frech! Es hat mich doch hier! Hahaha! Jo, warte! Ich muss gleich hier stehen! Ich hab bei dir, Digga, neben! Ich weiß! Die Rappen, Alter! Kinder-Sportplatz, Digga! Kinder-Sportplatz! Das nervig, Junge! Ey! Ist eigentlich so dumm gefloch! Yeah! Fuck! Ey, der hat mich hoch! Der hat mich hoch! Der hat mich hoch! Habe ich double hitgemacht! Habe ich double hitgemacht! Ey, der hat double... Ey! Ich schwöre, er könnte uns ficken jetzt, ne? Fick dir! Du gehst was für, Digga! Bleibs hier! Digga, spring doch! Ach, ich... Ich hab mich versteckt, Bro! Der findet dich nicht! Ich hab vergessen! Schau mal, ob ich lieg! Da ist die Marmen! Komm, komm, komm! Moment! 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 Ey! Ach, komm! Ich hab Zeit, dann hol ich dich kurz! Ach, hier! Schau jetzt, was ich mach! So! Schreck! Du bleibst erst mal am Boden liegen, und jetzt dein Mund... Ja, dann nehm ich halt dich! Ist auch okay! Verfiss dich, Jack! Oh, je! Oh, oh! Ja, Digga, ist klar! Das geht nicht so schnell, ne? Sprich! Boah! Ja, hab mich wieder. Als ob ich's nicht mal... Ey, wieso kann ich dich nicht mehr? Was soll das? Hallo? Ja, Mann. Hä? Komm durch! Komm durch! Ja, ich kann nicht. Ich will nicht leben, ey. Ist das dumm, Alter? Was soll ich geschwitzen? Jetzt! Ach, hui, hui. Buda... Aber ich hab sehr wenig neben. Geht andere Seite, geht andere Tür. Komm. Geh, 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 geh! Geh Tür, geh Tür, geh, geh! Ich fick ihn, der ist, ich fick ihn, komm! Ja, nee. Ich will nicht. Egal. Ne, Zeit ist um, ey, ja. Spring, 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 spring! Guck mal, was... Spring wie ein Behinderter! Ey, holt mich schnell, komm! Yalla, 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 yalla! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ja, du hast es gefickt. Ah ah! Er hätte einfach bei uns gehen können. Game over. Er hat jetzt gewonnen, weil Zeit ist vorbei. Ja, nein. Da glaub ich gewinnt keiner. Ja, wir. Wir haben gewonnen. Der Jäger hat es nicht rechtzeitig geschafft. Boah, jetzt noch eine Runde Jäger, warte mal. Oh, egal. Jetzt kommt TKTK. Ey, du sollst bitte auch nicht sehen, aber er weiß woher sein. Warte. Ey, der weiß nur wo ihr seid. Merkt das nicht. Ja, das teste ich jetzt mal. Ja, gleich. Schreibe irgendwo. Ey, Jaston, schau kurz Discord. Teste ich gleich mal. Welche Map? Bro, das Problem ist an der Map. Du siehst nichts. Lass die nehmen. Ja, egal. Lass die nehmen. Nimm die. Wir haben was vor, Alter. Wir haben was vor. Wir haben was vor. Wir haben was vor. Welche Map? Die? Ja. Also hier so. Sagt mir, dass dein Kollege ADHS hat, ohne das zu sagen, dass er ADHS hat. Genau so, Digga. Okay, A4. Nein, Spaß. Ich bin, ich bin. Oh mein Gott, hey Jungs. Hä? Es geht. Egal. Keine Ahnung, wie das gehen konnte, aber... Ja, aber du bist eh voll gut. Wir dachten damals, wir können dich verarschen. Du hast einen Trotz genommen. Oh, ich kann das gar nicht. Wie der extra hoch läuft. Oh, Idiot. Ah! What the fuck? PC hat gehangen. Hallo? Hört ihr mich noch? Oh mein Gott, PC hat einfach gehangen, ey. Lass ihn doch. Wo ist denn da? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hä? Was? 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 Der Arme. Ich behalte es dir nicht besser. Der war ein 40. Nein, das geht ja nicht. Was? Was geht da auch nicht? Was geht da auch nicht? Ähm... Start neu hast du? Hab ich. Was? Na ja, wenn du bei dem? Hey Jungs, Arda ist ein bisschen aggressiv. Hat dich schon ein bisschen genervt. Ja, Arda. Mach E. Erion. Ja, jetzt. Ich schau mal den an. Der Teufel. Ach je. Ach je. Ach je. Oh je. Oh mein Gott, Digga. Trennt durchs Fenster gleich. Er kommt. Er wird durchs Safe kommen. Hm. Das geht nicht. Ey, er kommt einfach nicht. Oh, oh, oh. Ich hab kein PC. Ach je, ich bin hinter dir. Jetzt mach ich zu. Ach, Arda verpiss dich doch, Mann. Ach, ich brauch Hilfe, provoziere dich mal. Wer ist bei mir? Der hat mich voll an den Eiern jetzt. Muss ich machen. Oh, ich komm hier nicht weg. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid, Mann. Cafeteria. Ach so. Scheiße, ich bin voll weit weg. Läu. Und weg bin ich. Mein Gott, ich hab bestes Versteck gefunden. Warte, wie lange wirst du das Spielchen noch mit mir spielen? Komm, komm. Ich komm nicht. Ja, komm. Boah, das ist richtig dieses. Alter, ich will. Jungs. Hilft mir. Weiß nicht mehr, wo du bist. Cafeteria. Hat er dich los? Nein. Doch. Doch. Also er hat mich genockt. Nein, doch. Jetzt hat er mich. Ja, jetzt hat er mich. Ah, da ist gut der Raum. Der Raum ist gut. Tür und Fenster. Aber komm, bleib bei mir, Bruder. Komm, bleib doch. Nein, Bro. Mach nicht diese Camper einfach. Oh mein Gott, du hast ihn gefickt, Achi. Achhi, wo bist du? Ich bin weg. Oh, einer noch. Wie, du bist weg. Na, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin abgeholt. Okay. Wenn du das jetzt gesehen hättest, Digga. Ah, da ist in jeden Schrank reingegangen. Bis auf den letzten. Da ist er nicht hingegangen. Oh, scheiße. Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin hinter dir. Achso, echt? Ja. Das ist geil, hier, hier. Achso. Bro. Hey, warte mal. Oh, je. Der ist da. Vielleicht noch. Ey, wo war ich eben drin, Digga? Oder du spielst so verwirrend. Weiß nie, wo ich war. Ich dachte, soll ich, soll ich, soll ich nicht. Ne. Oh, egal. Bei dir mach ich das eh die ganze Zeit. Du bist danach Jäger. Ich geh nach der Runde pennen, Bro. So, ist schon zu spät. Entschuldigung. Na, warte, ich lass die Tür offen. Ist besser. Ja, Mann. Ich geh jetzt schon raus, weil ich geh pfangen, Digga. Das war auch gleich, Digga. Das war auch gleich, Digga. Das war auch gleich. Ja, kein Problem, Bro. So. Und hat sie seit hier raus geflogen? Nein. Entschuldigung.